Einen schönen Wuppenstart, meine lieben Schnäppchenjäger. Wochenende war super, draußen gegrillt, schön Bratwürstchen und Steaks gegessen. Jetzt wird das Wetter ein bisschen schlechter, wieder so 10 Grad, 8 Grad, 7 Grad teilweise. Das heißt, wir bringen dann die nächste Zeit wieder zu Hause, schön im stillen Kämmerchen. Und um letztendlich eure Bratwurst- und Steakkalorien auf dem Level zu halten, machen wir das mal diesmal mit was leckerem Süßen. Nämlich mit unserer Limm-Schokolade. Nämlich, das sind die Jahresbeutel, die wir jetzt hier haben. 750 Gramm sind da drin. Ja, haltbar übrigens auch noch das Ganze hier bis August 2024. Und da könnt ihr natürlich mal ordentlich naschen. Und dafür gibt es nicht nur ein Beutelchen, was wir euch in den Deal packen, sondern gleich zwei Beutel. Die packen wir mal hier vertreten für unseren Karton, den wir dann nehmen, da einfach mal mit rein. Ja, damit das ganze süße Gelub auch runter geht, gibt es natürlich wieder unseren Herz-Cappuccino dazu. Na, davon packen wir euch jeweils ein Kilo, noch ein Kilo dazu und noch eins, das heißt, drei Kilo Herz-Cappuccino. Ja, und weg ist er. Den packen wir euch dazu. Und ja, falls der eine oder andere sagt, Menschens Kinder, das Zeug ist bestimmt schon abgelaufen. Nein, ist es nicht. Wir haben hier halt nämlich auch noch ein Inhaltbarkeitsdatum bis Ende August 2024. Ja, das packen wir alles mit dazu. Den anderen hebe ich mal auf. Zack. Und rein. Ja, was machen wir da für einen Preis? Wenn wir mal überlegen, die Lindschokolade 750 Gramm. So Pi mal Daumen. Wenn man jetzt sagt, draußen würde man das ganze Zeug für 15 Euro minimum, denke ich mal, bekommen. Wir machen hier für das gesamte Paket einfach mal einen Preis von 25,25 Euro. Na, das ist natürlich ein Mega-Hammer. Und ja, in Versandkosten kommen wir auch immer mit dazu. Und da machen wir natürlich noch was. Ich nehme meine großen Hände. Hände wie Klodecke sozusagen. Ich greife hier einfach. Wir haben nämlich hier auch nochmal so ein Mischmasch von Lindschokolade. Da packen wir in jedes Paket hier nochmal so eine ordentliche Hand. Das sind auch mal gut und gerne 500 Gramm mit dazu. So geht das zu euch nach Hause, wenn ihr es bestellt. Also schnell sein. 25,25 Euro. Zwei große Beutel Lindschokolade. Drei Beutel, also drei Kilo Cappuccino. Und eine ordentliche Handvoll Lindschokolade noch oben drauf. Also schnell bestellen, schnell sein. Und wir schicken es ab morgen natürlich zu euch nach Hause. Schöne Woche noch. Bis dann. Euer Alex und Team.